Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Graces. Seit dem letzten Part sind wir hier nun endlich in der Stadt, in der Hauptstadt Strada angekommen und wollen, nachdem wir dem schönen alten Herrn, wie war er vorher, wie es einfach nur, man, aber das Wort fällt mir gerade nicht mehr ein. Egal, er ist der Präsident hier und hat nun durch uns unter anderem auch jetzt eine Bestätigung bekommen, und dass der schöne Ziehvater von unserem Bruder, ja, ihn hintergehen wollte und an die Macht kommen wollte und Land übernehmen wollte und wir wollen jetzt eine Lösung finden, ja, dass Krias hier nicht zu nahe geht, damit Hubert bei uns in Land bleiben kann und regiert. Und dann wollen wir nochmal sehen, was wir als Lösung dafür finden. Willkommen zurück. Also, was war der Präsident, was? Wir haben ihn vorher schon gesehen. Erinnerst du den Mann in Sable Izole? Und später bei der Rockagon? Huh? Das war er? Also, das heißt, die Diskussion ging gut, ja? Nicht ganz genau. Als Dinge stand, Hubert's Recall ist ziemlich gut. Apparently, Strata hat ihre Militärung in Launt zu nehmen, um unsere Krias zu nehmen. Aber sie können nicht die Menge Krias sie wollen mit Hubert's Methoden. Also, sie werden ihn verletzieren. Wenn wir ihn verletzieren, müssen wir etwas tun über Strata's Krias zu nehmen. Das ist ein sehr schweres Problem für eine Person zu lösen. Ich verstehe, warum sie die Windor's Krias brauchen in der ersten Zeit. Ich meine, sie haben ihre eigene Krias Krias, richtig? Jetzt, dass du es sagst, ist das ein bisschen strange. Es sollte nicht eine Kriere mit einem Kriere in der ersten Zeit sein. Vielleicht gibt es etwas ganz wöbel mit den Kriere hier. Wir sollten uns mit Menschen sprechen oder was, ja? Ja? Das ist eine gute Idee. Also, die Entscheidung, um Launt zu invaden, wurde solely von Herrn Gerrit Oswell gemacht? Dann muss er derjenige, der mit dem Archduke Cedric konspirend sein. Wird das so, dass Hubert gegen seinen eigenen adoptiven Vater stand? Es scheint, Hubert hat Launt zu schützen, selbst bei der Risik der eigenen Position. Hey, warte, warte, warte. Also das bedeutet, dass der kleine Junge in Gefahr ist, ja? Ja, aber ich werde zu Hubert zeigen, dass ich ihn trotzdem schützen kann. Ich brauche aber auch die Präsidentin' Kooperation. Also, für heute, lasst uns die Stadt an den Kriere. Wir können uns überlegen und lernen mehr über den Valkonisten Krias. Es ist ein Plan. Tja, und diesen Plan wollen wir doch mal direkt durchführen. Aber zuerst will ich nochmal mit den Wachen hier sprechen. Lass mich reden! Danke. So. Entdeckung. Großer Brunnen. Warum auch immer, dass es vorher nicht da war. Keine Ahnung. Führungsqualitäten. 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 Was über Richard? Er war unser Freund und auch ein König, richtig? Also, warum hat er Menschen verhört, anstatt ihnen zu helfen? Es muss eine Grund für das. Und nachdem wir das Hubert-Probleme auswählen, gehen wir gemeinsam Richard sehen. Okay. Ja, wenn die wüssten und wenn ihr wüsstet und weil ich weiß, wisst ihr es nicht, die Leute, die da jetzt nicht kennen und ich weiß und es ist geil. Brunnen der Welt Teil 1. Oh, ich verstehe. Wenn du sehr nahehst, ist es eigentlich ein Set von zwei Fountains. Also, warum wird die Wasser nicht auswählen, von der Oberfläche? Das ist nichts wie die Fountains zurück. Es ist eine weitere Anwendung der Kreos-Arts. Wenn ich mich überlegen, würde ich sagen, es benutzt das gleiche Elith als unsere Weapons. Ich glaube, es ist basiert auf den Prinzipien der Elith-Küppling-Equilibrium, hm? Um, ja, es ist sicherlich etwas zu sehen, hm? Strata ist Home to the Water-Valkonist Duplomar, right? Hubert schlug in einem unglaublichen Ort. Ich würde mich nicht überrascht, wenn es die wäldigste Stadt der Welt wäre. Du siehst nie etwas wie das in Windor. Daher Duplomar, okay. Können wir das Kreos hier nicht auch irgendwie mal sehen? Ich weiß es nicht. Aber ja. So. Szene. Normalerweise ist das der Zeitpunkt, wo man eigentlich beklaut wird. Das war auch ein Bandit. Sehr, sehr verdächtig. Was sollte diese Szene jetzt sein? Auf jeden Fall reden wir mal mit den zwei. Puh, heute ist es noch heißer als sonst. Es ist, als würde es jeden Tag heißer werden, oder? Ja, und jetzt, wo du es sagst? Ich finde, wir sollten einen offiziellen Protest bei der Regierung einreichen. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Ich gehe gleich nach Hause, um es mit meinem Mann zu besprechen. Hervorragend. Wir können die Regierung damit nicht davon kommen lassen. Aha. Wird immer heißer. Wüste. Zu wenig Kreos und so. So, wo sollten wir jetzt hin? Ja. Zurück zu Herrn Osweil. Mal gucken, was er jetzt zu sagen hat. Dieser Idiot. Dieser verdammte, verfluchte Idiot. Damit wird er nicht davon kommen. Er wird den Tag verfluchen, an dem er mir in die Quere gekommen ist. Versammelt die anderen Männer. Ich berufe einen Notfallmilitärrat ein. Hallo. Wie geht's denn so? Ihr. Wie könnt ihr es warnen, hier uneingeladet zu erscheinen? Das ist mein Zuhause. Ich befehle euch, diesen Ort sofort zu verlassen. Los, raus. Okay. Ein kleines, schönes Extra. Der ist ziemlich angepisst, würde ich mal so behaupten. So, wo müssen wir jetzt hin? Bitte, bitte, bitte. Jo, gehen wir einfach weiter. Zurück. Denn hier sollen wieder irgendwie handeln mit dir. Ich glaube, wir haben mit dir geredet. Ah, da. Da seid ihr. Hm. Was ist los, Mutter? Oh mein Gott. Wann höre ich mal ein Kind eigentlich immer zu der Mutter Mutter sagen? Sonst immer nur Mama. Das ist so ungewöhnlich. Hast du es nicht mit mir erbt? Äh, der Wasser... Ist der Wasserstand im Brunnen niedriger als sonst? Das ist richtig, Liebes. Glaubst du, er ist kaputt? Das ist eine gute Frage. Ich bin leider keine Brunnen-Expertin. Naja, machst du dir Sorgen? Ein bisschen vielleicht. Wir wollen ja nicht, dass die Stadt austrocknet und sich in eine Wüste verwandelt, weißt du? Ach, das wird schon wieder. Wir haben doch noch das Valkinus. Ja, ja, natürlich. Deine Mutter ist eine alte Schwarzseherin. Ja, aber wie es scheint, wird es hier viel zu warm. Und dadurch sinkt auch der Wasserstand, weswegen man nicht mehr so wirklich überleben könnte. Hier. So, jetzt hieß es zurückgehen, bis wir eine Zähne sehen. Whatever, äh, 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 ja, es bedeutet, sollte auf ein Englisch zu sprechen. Ja, hi. Noch mehr Leute. Der Präsident hat es sicherlich nicht leicht. Das brauchst du mir nicht zu erzählen. Irgendwelche Idioten haben gegen die ungewöhnlich hohen Temperaturen in letzter Zeit protestiert. Ist das nicht das Blödeste, was du je gehört hast? Mal ehrlich, wer protestiert denn gegen das Wetter? Ich wünschte, sie würden solche Peinlichkeiten unterlassen. Ja, genau. Und hast du von diesem seltsamen Mann gehört? Der, der diesen exzentrischen Klamotten durch die Stadt streift? Es war, äh, ist wahrlich ein trauriger Tag, wenn es schon so weit gekommen ist. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, war er unterwegs zum Westtor. Ob er wohl dort draußen in der Wüste lebt? Es würde mich nicht wundern. Das Westtor. Okay, das ist unser nächstes Ziel anscheinend. Puh, 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 puh. Kurz nochmal. Jo. Nach Westen einfach. Nichts weiter, einfach straight onward. Westtor. Oh, Raufboot. Es bewegt euch! Bitte, jemand muss uns helfen. Wir wissen, dass der Präsident Vorschuss zum Valkenis geschickt hat. Hat er gerade Valkenis gesagt? Wir müssen dem Mann helfen. Sind alle bereit? Aber klar. Fünf gegen ein. Ohne Kampf. Danke, vielen, vielen Dank. Gern geschehen. Was geht denn hier vor? Naja, ähm... Es hat etwas mit dem Balkenis zu tun, oder? Ähm, naja, wisst ihr... Hat es auch etwas mit den steigenden Temperaturen zu tun? Ja, ähm, also... Oh hey, es ist schon so spät. Ich muss los. Wuhuuu. Und... Weg ist er. Gut, dann müssen wir eben den hier... Den hier fragen. Ähm... Was ist das für ein Ausdruck, bitte? Was wisst ihr über das Valkenis? Valkenis? Ich weiß gar nichts. Seht mal, wir interessieren uns nicht für das, was ihr auch immer hier macht. Hä? Zumal ich mir sicher bin, dass es sich dabei um etwas Belangloses mit kleinem wirtschaftlichen Ertrag handelt. Also, werdet ihr mit uns reden. Das wüsste ich, aber... Hm... Wie Sophie mitgeht. Also, Sophie und Malik haben, ne? Sehr, sehr viele geheime Unterrichtsstunden gehabt, dass Sophie schon denkt, was Malik denkt. Ne? Jetzt müsste man nur Schlägergeräusche hören. Ich bin mir nicht sicher, aber das ist alles eben, weil nichts synchronisiert, oder? Oder? Ich habe nichts gehört. Jetzt höre ich auf einmal wieder was. Well, wir haben das Problem herausgefunden. Aber was können wir tun? Wir müssen das dem Präsidenten zeigen! Das ist ein Diagramm des Valkonists? Ja! Also, du gehst das nach oben und sagst ihm, dass dein Freund alles über Valkonists kennt und dann wird es alles... Wuhuuu! Ich liebe Pascals Ausdrücke! Ganz ehrlich. Warte, hast du... Pascal, du kennst das über die Valkonist Kreis? Ein bisschen? Ja! Ich meine, ich habe ihn in einigen alten Dokumenten gelesen. Du wirst wirklich alles wissen, nicht wahr, Pascal? Wissenschaftlerinnen mit Herz und Leidenschaft und Seele. Und Jung. Ich liebe es, über Dinge zu lernen, du kennst? Der Präsident könnte nicht wehren, aber es kann es auch nicht so schwer, dass es ihm zeigen kann. Okay, Pascal. Pascal, wir werden deine Idee versuchen. Danke. Weeeeee! Und sie freut sich! Pascal Zeichnung. Und geborene Kritzlerin. Na, dat nenne ich doch mal wat. So, jetzt steht hier überall jeder irgendwie rum. Ähm, voneinander angezogen. Du bist ein wirklich guter Arzt, Pascal. Du meinst das Valkonists Diagramm? Ah, das ist nichts. Da gibt es keine Chance für falsche Humilität. Asbel ist ein ehrliches Mann und nur sagt, was er glaubt ist, dass er wahr ist. Du wißt du, Sheria hat auch sehr gut gemacht gemacht gemacht. Ich? Oh, das ist nonsensiert. Ich bin sicher nicht irgendwo so gut wie Pascal. Schau, Asbel. Ich habe etwas gemacht gemacht. Das ist großartig, Sophie. Was ein sehr leckerer Banan. Es ist ein Valkonists. Schöne Banane, ähm, Valkonists. Käse. Davon haben wir genug. Ich will meine Zitanscheide nicht weggeben, ohne nicht vorhin eine andere Sache zu haben. Versteht sich. Titel ist noch alles im grünen Bereich. Dann wollen wir mal. Gasthaus. Eigentlich müsste ich nochmal bei den Shops vorbeigucken. Und dort jetzt noch die ganzen Sachen dualisieren und so weiter. Ja, 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 ja. Klappt das mal ja auch mal kurz. Weil durchs Westtor will ich sowieso noch nicht gehen. In diesem Bad. So, erstmal Mixer laden. Dualisieren. Pasta Bolognese mit Gartin. Nudel Gartin. Wow. Curry mit Hund und Schwein. Ah ja, wir haben ja einen schönen Kristall aufgegeben. Ich mag es. Möhre mit hochwertiges Rindfleisch. Durchwachsendes Steak. Ja, ich würde erstmal gerne Curry herstellen. Wie auch immer ich das nochmal mache. Ich sehe ja noch nicht mehr wirklich, was ich herstelle. Ah, ist da. Das sehe ich da. Und nicht da, wo ich es gerade dachte. Ja gut. Gemüseset. Gewürzset. Eintopf. Auch neu. Wie viel habe ich? Machen wir einen Curry? Ich glaube, das lohnt sich nicht. Ich brauche mehr Sets. Brauche mehr Sets. Ich will nämlich jede Sache einmal haben. Das ist so ein kleiner Tick. Geht leider nicht anders. Was auch immer ich mit den ganzen Sachen mache, die ich hier gerade irgendwie herstelle. Wo auch immer die landen. Keine Ahnung. Das sind die ganzen Angriffsschermen und was weiß ich. So, Gift-Bahn und Stein-Bahn. Gift-Stein-Bahn. Hört sich nett an. Lähmungs-Bahn und Stein-Bahn. Band, nicht Band. Auch einfach mal zusammen. Ich meine, es gibt ordentlich Stempel. Reisbrei mit Lachs. Aber ich brauche noch Fische. Kann man irgendwann angeln? Das ist eine gute Frage. Lassen wir es jetzt mal sein. Ich habe wirklich nicht so Sachen... Ich kann Eisenkraut kaufen. Okay. Etwas teuer, also nein. Gut, dann hätten wir hier auch ein bisschen wieder was erledigt. Weißwein. Warum? Gut, was brauche ich noch? Eine Titanscheide kann ich nicht einfach so herstellen. Ich nehme einfach mal ein Gemüseset rein. Der hat zwar nicht sehr viele Wahrscheinlichkeiten, aber ich renne damit rum. Auch wenn ich eigentlich was anderes reintun sollte, damit sich mein Dings da levelt. Ich will ja, dass es levelt. Verdammt, dische Eis. Nehmen wir aber wieder Eier rein. Irgendwas mit 99%. Komma neun. Wird schon reichen. So, dann zeigen wir dem Präsidenten noch schnell mal, was Pascal so alles drauf hat. Und gehen dann im nächsten Part durch das Vestor. Oh, mit dir haben wir noch nicht gesprochen, Dame. Ich frage mich, ab wie viel Person ich endlich diesen scheiß Titel bekomme. Wer weiß, wer weiß. Habe ich jetzt die Erlaubnis rechts und links? Nein. Warum sollte ich? Keine Wache mehr da, wir platzen einfach ein. Hallo, Präsident. Well, Asbel, have you learned anything? Mr. President, I think we may be able to help you fix your Valkonist Krius. All right, fair enough. What are you planning? Please look at this diagram. It's from a friend of mine who's extremely knowledgeable about such things. She said she'd be willing to investigate. Hmm. It seems you've been holding a trump card this whole time. Well, you're right. Our country's Valkonist Krius has been experiencing severe problems as of late. When we sent a research team to investigate, they found Amarcian ruins at its base. Amarcian ruins? You're familiar with the Amarcians. The mysterious people who left ruins all over the world. We don't know if these ruins are connected to the Valkonists somehow, but it's possible. I'm telling you this, because I'm interested in what your learned friend might think. Our scientists have precious little insight when it comes to Amarcian. It would be most helpful if she could take a look. Ja, glaub schon. Und sie kennt sich mit alle möglichen aus. If we agree to investigate the problem, will you let Hubert stay? Investigation will not be enough, I'm afraid. You will need to fix the problem altogether. Okay. I'll take my friend to see the Valkonist Krius. It's located in the desert west of here, surrounded by some ruins. I will give you an ID card as well. We don't allow regular citizens to approach the Valkonists, you see. Thank you. And good luck. I'm sorry to keep you waiting. Bis dahin, viel Spaß und Tschüss.